Moin Leute und herzlich Willkommen! Wir spielen wieder eine Runde Valorant. Hier habe ich anscheinend mehr Glück. Heroes of the Storm bricht mich im Moment. Das muss man leider einfach so sagen. Da lege ich momentan eine Niederlage nach der anderen hin. Und ich weiß noch was ich gerade das Licht. Wenn ihr aber zu lachen haben wollt, könnt ihr da mal reingucken. Schauen wir doch mal, auf wen gehen wir denn? Gehen wir hier, bisschen Blindie Blighty machen. Ich bin noch ein bisschen gebrochen. Das muss man leider so sagen. Na ja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir hier wieder ein bisschen bessere Laune. Wobei die letzten Spiele auch schon ein bisschen knapper wurden. Wird auch schwieriger, muss man so sagen. Aber man kann sich ja nur verbessern, wenn man noch gegen schwere Gegner spielt. Das ist ja auch immer die Frage, wie gut das Teamplay ist. Muss man auch zugeben. Ich weiß nicht, ob das letzte Laune war die davor. Wo der Team halt einfach wild rumstapft. Ist halt auch nicht immer so clever, ne? Ja, leveltechnisch, ok. Let's go. Wollen wir jetzt noch ein paar Fracture, ne? Ein bisschen, äh, ein bisschen verkackt beim Verteiligen, oder? Ich würde sagen, ich bleibe die hier erstmal runter. Dann wissen wir ja schon mal, ob da Leute kommen, ne? Hi Team. Wollen wir mal gucken, ob die Gegner aufstehen. Wollen wir mal gucken, ob die Gegner aufstehen. Wollen wir mal gucken, ob die Gegner aufstehen. Ach, 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 ach. Ach, ach. Ach, ach, ach. Ich hoffe, das wäre jetzt egal gewesen, wenn ich am Verteilig gestorben wäre. I'm sure my pets can chase out some game for you. Ah, hier können wir nicht drüber gucken, ne? Hallo? Ach komm, gibt's nicht, ne? Ah, da hast du wieder zu weit rechts stehst, du hast keine Chance wegzukommen, du wirst gleich von der Seite gemacht, doch nicht? Von hin. Oh, nice, aber ich glaube, das reicht nicht mehr, ne? Kann nicht klapp werden. Klaus. Tja, was machen die? Die stürmen die wohl nochmal hier durch? Ich hab keinen Plan. Die könnten noch verschieben, ne? Tart, destroyed. Tse, tse. Spike planted. Ach komm, ach komm, das gibt's nicht. Mann. Mann, die russen da nochmal durch, oder was? Kommt. Oh ja. Priesen. Ach, turret down. They initiated. Boah, das ist doch echt, Mann. Ich glaube, heute ist nicht der richtige Tag zum Zocken, irgendwie ist heute... Oh, ich mach halt aus den Waldselten oder so. Egal, wir verteidigen weiter hier. Bevor hier keiner steht. Warum lasse ich mich denn da auch so reinbaten? Let's go! Dann hast du dich hier selber geflasht. Das tut ja... Was ist das? Willkommen in meinem Welt! Oh, God! Oh, God! Nein, das gibt's nicht! Wieso treffe ich denn nicht, Alter? Wieso treffe ich denn nicht? Alter Schwede. Was ist heute los? Was ist heute los? Heute ist nicht mein Tag. Ach, er hätte doch schon aus Glück irgendwie ein, zwei Messer-Hits treffen müssen. Wuchtel mit dem Messer vor mir rum und treff nix. Du willst spielen, dann spielen wir. Hullcats! Blinded! Hustle K.I.A. 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 Spike down, Attacker spawn! Sperter! Ah no! Asperter! Zer. Bist? Wieso hast du ihn? Verwinden! D! Wasمكن! Weiss! Wo randt er hin und randt er nach D? Wo randt er hin? Oh, oh, oh. Hey. Hm. Okay. Oh, 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 oh. Zzzz. Aber okay, letzten Mal waren wir hier auch als Attacker stärker als als Verteidiger. Mal schauen. Hat hier irgendeiner Geld, mir eine Knarre zu kaufen? Nein? Okay, haben wir selber noch nichts gekauft, ne? Ich bin noch daneben. Egal. Da hab ich doch gerade eingehört oder nicht? Ich weiß nicht, kriege ich eh nicht, ich salfe. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das ist doch echt... Ich muss doch irgendwas Machbares geben hier, Leute. Ich weiß nicht, das wird auch Zugriff. Warum wechselt er denn dann noch nicht auf die Waffe? Das ist immer so, ne? Dass er immer die letzte Waffe nimmt, die man hatte, ne? Kann man das irgendwie einstellen, dass er automatisch auf die Hauptwaffe wechselt? Ey, das gibt's nicht, ne? Ach, ich spiel mir heute auch einen Mist zurecht hier. Ach, aber anscheinend nicht nur ich. Irgendwie... Nein, aufgeben wollen wir nicht. Aufgeben tun wir nicht. Was? Ich weiß nicht. Oh nein, weil wir es nicht tun. Ich würde mich nicht, warum. Ich bin schon zu wechseln. Oh Gott, wenn ich nicht mache, können wir wissen. Aber was macht denn mein Team? Ohne Witz. Hm. Warum pusht die denn nicht? Warum pusht du den? Ohne Witz. Ach komm. Hm. Das ist doch echt. Hm. Hm. Geht doch. Ach geht doch. Oh mein. Ohne Witz. 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 Aufgehen gibt's nicht. Drehen das. Ohne Witz. 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 Whatever it takes. Okay, das ist ein W-B-W-H-A-N. 4-A-B-A-D. Tschüss. Oh, okay. Was ich da oben gehören? Nein, oder? Oh, ich glaube da oben gehören, oder? Das sieht doch ganz gut aus. Ich würde mich hier antäuschen und dann rüber gehen. Ich würde mich hier antworten. Ich würde mich hier antworten. Ich würde mich hier antworten. Ich könnte nicht alleine mit der Bombe irgendwo. Ich würde mich hier antworten. Ich würde mich hier antworten. Ich würde mich hier antworten. Ach komm. Dein Ernst, Alter. Dein Ernst. Wo gehen die Schüsse denn hin? Das kann ja nicht sein, dass wenn ich die so heftig streut, oder? Wir probieren ja die Phantom. Ich glaube, mit der kann ich besser schießen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mit Dauerfeuer besser treffe als mit Einzelschuss, ne? Also mit Klicken. Das ist auch immer hart. Das ist auch immer hart. Was ist das? Ach, das gibt es nicht, ne? Direkt... Kann das sein, dass meine Hitbox für den Kopf größer ist als die von den Gegnern? Kann man nicht eintreffen? Ja, die Zugriffe hier im Team sind nicht der Knaller, was man leider so sagen, irgendwie... Das Radionite, report to facility medical immediately. Das war's für heute. Ach komm, komm. Also dann, wenn man mal trifft. Genau, schön, danke. Immerhin, immerhin, immerhin. Noch ist nix vorbei. Geht ihr alle mal darüber? Weiß er nicht, wohin geht denn ihr? Geht ihr nach A? Ne? Wollt ihr nicht nach A? Ey, das ist doch ein Witz, oder? Es geht doch, es geht doch, es geht doch. Aber kommuniziert scheint das Gegner-Team auch nicht. Dafür habe ich nicht, sorry. Much? Es ist jemand, der Russisch spricht. Ja. Dann haben wir einen Haken, mach ich immer öffne. Ich hatte ja da wohl, oder? Okay. Ach, hä? Ach, die war noch davor. Ich habe gedacht, die war schon weiter durch. Egal, 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 egal. Hauptsache vor der Runde. Okay, also ich glaube, ich bin eher der Phantom-Spieler. Was meinst du, der Wendel-Spieler? Irgendwie... Wunderschöntel? Okay. Wunderschöntel? 정말 gut. Wunderschöntel Alliance. Wunderschöntel ist, nachdem ich ihn offen haben. Wunderschöntel sind. Wunderschöntel sind. Wunderschöntel sind. Wunderschöntel sind. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich bin der Kantech. Willkommen in meinem Welt. Karte, Karte, Karte. Fast player stand here. Enemies suppressed. One enemy remaining. Flash. Wow, nice. I bet you've never seen a can opener do that. We were waiting for this end. Ha 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 ha! Kale, you are the best. Now imagine if you let me... What's over now? Huh? Huh? Come on. They will come. Seek them out. Found one. Enemy down. Found one. Turrets out. No one walks away. Ridge floor. Turrets destroyed. Enemies fired. No one walks away. Spike down A. Ach komm, alter. Das ist doch echt ein Witz, oder? ... No. ... ... ... ... ... ... Hm, nicht die beste Waffe gegen zwei auf dem kurzen Ding, ne? Aber okay. So ein schweif mit Fung, ne? So ein schweif mit Fung ist das. So ein schweif mit Fung ist. So muss das dann nicht. Das scheint nicht. Das war's. Es ist der Anruf, letzte Runde. Das ist doch recht. Was ist denn heute mit meinem Handy los? Das nervt doch einfach nur. Eingesprach, naja. Wollen wir gleich mal aufhören. Ich glaube, ich sollte heute nicht mehr spielen, aber okay. Heute ist das Glück nicht mit mir. Nur gut, nur gut. Das war's. Wie gesagt, wenn ihr nicht verpassen wollt. Ob ich jetzt hier auch in Anführungszeichen eine Losing Streak hinlege, wobei es halt noch relativ ausgeglichen ist. Gerne abonnieren. Kommentare auch immer gern gesehen. Wie gesagt, sagt man, ob ich am Anfang das Ganze wegschneiden soll oder nicht und ich drück ins Spiel springe. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ne? Haut rein, ciao, ciao.